Wollen uns die Sparkassen und Volksbanken eigentlich abzocken? Während die Banken bei der EZB aktuell satte 4% für unsere Ersparnisse kassieren, geben die Genossenschaftsbanken beim Tagesgeld gerade mal im Schnitt 0,74% und die Sparkassen 0,65% an die Kunden weiter. Bei den überregionalen Banken ist es gut dreimal so viel. Deswegen zeigen wir euch in dem Video Angebote, mit denen ihr mehr als 4% eintüten könnt und ich zeige euch, wie schnell und einfach ein Konto beim aktuellen besten Anbieter eröffnet werden kann. Also, let's go! Hey Leute, Luis hier und es ist wirklich erstaunlich, wie viele Sparkassen und Volksbanken immer noch bei den Zinsen auf Tages- und Festgeld geizen. Einzelne Banken zahlen sogar gar keine Zinsen. Wir haben eine Auswertung gemacht und uns die Zinsen von mehr als 670 Genossenschaftsbanken inklusive der PSD und Sparda-Banken und 350 Sparkassen angeschaut und das Ergebnis, ja, ist wirklich ernüchternd. Die Kunden von Sparkassen und Genossenschaftsbanken bekommen nämlich im Schnitt deutlich weniger Zinsen als Kunden von überregionalen Banken. Ja, wie kann das sein? Ein Grund ist, dass die Sparkassen und Genossenschaftsbanken kaum mit anderen Banken und Kundeneinlagen konkurrieren müssen. Denn die Bankkunden sind meistens zu bequem, um zu einer anderen Bank zu wechseln und das nutzen die Sparkassen und Volksbanken aus. Vielleicht fühlst du dich ja angesprochen. Die überregionalen Banken müssen sich dagegen auf verschiedenen Zinsportalen in Vergleichen fast tagtäglich überbieten. Und diese überregionalen Banken sind meistens ausländische Banken oder Online-Banken, also Geldhäuser, die keine Filiale besitzen und deswegen alle Bankgeschäfte online abwickeln. Aber es gibt auch Genossenschaftsbanken, die ja bundesweit nach Kunden suchen. Die bieten auch vergleichsweise hohe Zinsen. Bestes Beispiel ist die Reifeisenbank im Hochtaunus alias Meine Bank. Die bietet aufs Tagesgeld 3,35% für 6 Monate garantiert und somit deutlich mehr als der Durchschnitt der Genossenschaftsbanken, die ja nur regional unterwegs sind. Nach dem Garantiezins gibt es dann immer noch überdurchschnittliche Variablezinsen von aktuell 2,5%, was immer noch gut ist. Die aktuellen Tagesgeldspitzenreiter bei den Sparkassen sind die Sparkasse in Harburg-Buchsterhude, die Braunschweigische Landessparkasse und die Sparkasse Lüneburg. Die überregionalen Banken zahlen aber noch mehr aufs Tagesgeld. Ganz klar hat die Nase hier die niederländische DHB-Bank vorne mit 4,05% Zinsen. Und somit gibt es hier auch ein klein bisschen mehr als wir auf dem Verrechnungskonto bei Trade Republic. Aber fairerweise muss man natürlich auch sagen, dass das Angebot von der DHB-Bank nur für Neukunden gilt und nur für 3 Monate garantiert ist. Für Bestandskunden gibt es einen Zins dann in Höhe von 2,9%. Auf Platz 2 haben wir dann die Big Bank mit einem Zinssatz von 3,85% für 6 Monate garantiert. Danach fällt der Zins auf immer noch überdurchschnittliche 2,7% und auf Platz 3 ist die TF-Bank mit 3,8% für 3 Monate garantiert. Beim Festgeld schneiden die Sparkassen und Genossenschaftsbanken wieder ein bisschen besser ab. Hier gibt es immerhin im Schnitt über 2% jährlich und dabei sind auch die Sparbriefe berücksichtigt. Beim Festgeld auf 12 Monate sind die Top-Platzierungen bei den Sparkassen die Bezirkssparkasse Reichnau, die Kreisssparkasse Halle-Wiedenbrück und die Sparkasse Emden. Bei den Volksbanken führt die Wiesbadener Volksbank die Spitze an, dahinter die PSB-Bank West und die Raiffeisenbank Eifel. Die Top-Angebote aufs Festgeld gibt es aber wieder bei den überregionalen Banken. Mit denen kann keine Sparkasse oder Genossenschaftsbank mithalten. Zum Beispiel bietet die SBI Frankfurt aktuell 4% Zinsen ab einem Anlagebetrag von 20.000 Euro. Wenn ihr nicht ganz so viel Geld anlegen wollt, könnt ihr auch jeweils 3,6% bei der Big Bank oder 3,56% bei der Klana sichern. Die aktuell besten Zinsen findet ihr übrigens auch immer in unserem Tages- und Festgeldvergleich. So nachdem ihr dann den perfekten Anbieter für euer Tages- oder Festgeld gefunden habt, geht der Wechsel ganz schnell. Also keine Angst vor komplizierten Formularen und bürokratischen Hürden. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt eine Kontoeröffnung durch. Und zwar holen wir uns doch die aktuell sehr schmackhaften 4,05% bei der niederländischen DAB Bank ab und klicken zum Anbieter. Dann kommen wir auf deren Webseite und hier klicken wir auf Kontoeröffnung. Dann haben wir einen kurzen Hinweis, dass es aktuell eine hohe Nachfrage auf dieses Angebot gibt und dass es mit dem Postident länger dauert als mit der Online-Identifizierung. Mit der Variante könnt ihr am selben Tag noch Geld auf das Konto überweisen und verzinsen lassen. Ich würde euch sowieso immer empfehlen, die Online-Identifizierung zu machen. Das geht erstens viel schneller und ihr spart euch die Zeit zur Post zu gehen. Also wir nehmen es zur Kenntnis und klicken das Fenster einfach weg. Dann sehen wir hier erstmal ein paar Anforderungen, die erfüllt sein müssen, die aber eigentlich alle klar sein sollten. Wir müssen eine natürliche Person sein, also keine Firma oder sonstiges. Über 18 Jahre alt, ist klar. Wir müssen Inhaber eines auf unseren Namen lautenden Girokontos bei einer in Deutschland ansätzigen Bank sein. Unser ständiger Wohnsitz muss auch in Deutschland sein und wir zahlen auch in Deutschland unsere Steuern. Zum Schritt 3, hier weiter unten, sehen wir schon, welche Schritte zur Eröffnung des Tagesgeldkontos gemacht werden müssen. Das sieht jetzt erstmal viel aus, ist es aber nicht. Das könnt ihr hier kurz durchlesen. Wir klicken jetzt hier aber schon mal auf Weiter. Schritt 4, hier müsst ihr dann kurz den AGBs der DAB und den Datenschutzinformationen zustimmen. Die einfach mal kurz durchlesen und auf Weiter klicken. Schritt 5, nein, wir sind noch keine Kunden bei der DAB Bank. Das ist wichtig, damit wir auch als Neukunden gezählt werden und somit für die ersten drei Monate den garantierten Zins von 4,05% bekommen. Also nein klicken. Außer natürlich, ihr seid schon Kunde bei der Bank, dann bekommt ihr aber natürlich auch den Neukundenzins nicht. Schritt 6, jetzt werden wir gefragt, ob wir ein Gemeinschaftskonto eröffnen wollen. Auch hier klicke ich in meinem Fall jetzt nein. Schritt 7, so jetzt können wir auswählen, welche Identifizierungsmöglichkeiten wir haben wollen. Ich werde jetzt die digitale Identifizierung durchführen, weil wie vorhin ja schon gesagt, finde ich das persönlich einfacher und das geht auch einfach schneller. Jetzt wird man zu Verimi weitergeleitet. Das ist ein Dienstleister, der die Online-Identifizierung durchführt. Hier kann man sich ganz einfach mit seiner E-Mail-Adresse und seiner Handynummer einloggen. Bei der Handynummer müsst ihr nur aufpassen, dass ihr die plus 4,9 eingibt und die 0 weglässt. Da es sich ja um eine niederländische Bank handelt. Hier habt ihr jetzt zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch ganz einfach mit eurem Online-Banking bei eurer aktuellen Bank einloggen. Das geht sogar noch schneller als das Video-Ident. Deswegen mache ich das jetzt schnell. Schritt 8, ich gebe also hier den Namen meiner Bank ein. Jetzt locken wir uns mit unserem Online-Banking ein und identifizieren uns. Fülle hier kurz das Formular aus. Nachdem die Identifizierung dann abgeschlossen ist, könnt ihr den Vertrag online unterschreiben. Die Dokumente werden euch dann auch per Post zugeschickt. Sobald dann alle Unterlagen vollständig vorliegen und geprüft worden sind, bekommt ihr eine Aktivierungs-Mail. Und das war's. Jetzt noch Geld auf das Konto überweisen und die Zinsen von 4,05% abholen. Schreibt uns gerne mal unten in die Kommentare, was ihr von den aktuellen Zinsen haltet. Nehmt ihr alles mit, was geht oder seid ihr eher nicht so die Zinsjäger? Das eingeblendete Video solltet ihr euch unbedingt noch anschauen, wenn ihr euer Geld auf Festgeld anlegt. Da gibt es nämlich einen großen Unterschied, ob ihr das Geld ausschüttend oder doch lieber tesaurierend anlegen solltet. Oder ihr schaut euch an, wie ihr 10% Dividenden als Genosse abstauben könnt. Und wenn euch das Video weitergeholfen hat, freuen wir uns natürlich immer sehr über ein Like. Und auch das Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr keine weiteren Videos verpassen wollt. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis gleich im nächsten Video.